Okay, es geht weiter. Okay, wir haben jetzt das Wasser gelöscht und schauen nach, was sie dahinter verbirgt. Looks like I could go in the fireplace. Ja doch, kann ich ruhig noch einen Kamin nehmen. We have a girl waiting for the hole. Hau ab, ich mag das nicht hören. Hau ab! Lass mich mal legen, wo gehts jetzt lang? Schneide, schneide, alles ignorieren. Ich will jetzt mal probieren, da wo das Labor war. Da ist der Typ doch, die komische Ogre, hat er glaube ich geheißen. Warte, das ist ein schlechtes, man kann nicht wissen. Er ist doch in der Tee abgekaut und jetzt soll ich mal probieren, ihm nachzugehen. Vielleicht ist das eine ganz schlechte Idee, aber ich probiere es einfach mal. Ich glaube das Ding da links hat, das ist wichtiger. Ich bin ja, na ha ha ha! Wow! It's a ghost! Ghostbuster! Mom? Is that you? Kurzer Schnitt. Okay, weiter gehts. Is that you? Uh, kurzer Knopf. Wait! No way! Was that really Mom? Mom? There's no way! I'm Mr. Curl! That was Mom! Why was even Mom? It must be the Curse, right? Haven't you notated, notated? I'm 30, man. Yo, komm mal. I've got the door here! This Trag- This Trag- This Trag- Was rode about by the power of a woman's curse. The Mellis for your father. That Mellis turned to a curse, Seeking out of your father's death. Could that one woman be? So you do realize this, Das kann nicht sein. Warum glaubst du das? Weil Mom lief Father. Mom even versteht Father's Worte. Und Father lief Mom in return. Wasn't Mom happy? Ich glaube, dass sie es gegen Father hat. Aber vielleicht mein Vater nicht lief Father. Ich will nicht sein, aber... So, we'll go find the truth. Schlappen. Ich fahre ein bisschen zusammen. Hey, und das Ding? Zurück. Ich mag das Ding haben. Ja, der Typ ist auch... Wow, ich habe jetzt den Herzkasper gekriegt. Was war das für Geräusche? Jetzt ist niemand da. Jetzt auf einmal geht's. Da ist etwas an der Herrskirt. Ja, klar doch. Wenn man da als Erster nachschaut. Got Roomkey. Was macht denn der unter ihrem Rock, ha? Naja, nichtsdestotrotz. Was für ein Roomkey. Aber klar, der hat... Okay... Okay... That person... Looks so sad. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich verfünde. Ja, dann mal. Weg. War klar. Das Spiel ist abgedreht, aber... Das mit dem Rock, also bitte. Das für eine Frau bewalten schon einen Schlüssel mit dem Rock auf. Ich meine, gut. Ist vielleicht ein gutes Verstecken, aber... Ich weiß nicht, wie der... Cause Room... Ja, Zombie-Raum oder so. Wie ich da wirklich werde? Und der Typ da schaut auch so seltsam aus. Hallo, du. Where is body? Das ist ein einzelner Kopf. Bitte sag nicht, dass du den mitnimmst. Where is body? Nooo... Da war schon wieder so ein Geräusch. Where is body? Vielleicht ist er halt dort drunter irgendwo. Da ist er. Komm her. Komm her. Schnapp deinen Kopf. Ja... Geht doch. Fuck it. Ja... Ja, setzt dein Kopf voll schrumm auf. Oh, was ist... Thanks, Mrs. Gatcham. Cool. Mini-Aufgaben. Aber... Mir fällt noch eins von vorhin. Wo war denn das? Oh, zum Guckuck, wo war das? Und was mache ich mit dem Ding? Anhänger. Soll ich weitergehen? Ja, gehen wir weiter. Okay, die Spieß. Da haben wir. Was hat der gesagt? Filed with junk. Ja, vollgepackt mit Müll. Hab schon wieder ausgeklärt. Arabe, komm her. Danke. Danke. Cool. Die kann man auch schieben. Ähm. Gleich noch einmal speichern. Das wollte sie jetzt eigentlich nur versehen, aber... Was ist das? Da hat Lada. Ah! Wir haben einen Geistesblitz. Jetzt können wir zu der Lada durchgehen. Also das ist sehr gut. Und jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Nein! So, lieber zu oft speichern, das wird sie eigentlich. Wollen wir jetzt schon in den Keller durchgehen? Nein, ich gehe da links lang. Bitte lass das Kaffee lassen. Also. Also. Okay. Ja. Und der Appipart. Unlocked at all. Ja, ich weiß, ich bin ruhiger. Ah, jetzt sind wir da. Abkürzung. Geil. Okay. Okay. Was haben wir jetzt? Eine Lada? Unser Orgelpfen. Ein Anhänger. Okay. Was machen wir damit? Ja. Später. Da. Erst schauen, wo es da ist. Okay. Wahrscheinlich kann man die Latte jetzt da benutzen. Ja. Oh. Okay. Das Lichtblende tutzt dann. Gotcha. Was ist denn das Licht da? Ah. Ich schmeiß das mal auf. Vielleicht kommt das Wasser. Cool. Was ist das? Das ist... Was ist das? Mini Kettensäge. Klar doch. Press the special key to equip the chainsaw. It can normally only be equipped in the basement. Oh, jetzt sind die ganzen Monster fällig. When equipped, press the Confirm key to make Aya swing the chainsaw down. Äh. Sind... Irgendwas mit Abjekt, Barrels, and so und so weiter can be destroyed this way. It can not be used to attack enemies. Klar doch. Be a way that you can't open the enemy or check objects with the chainsaw out. With the other word. With the other word. Wir können keine... I'm sorry, Gläsenschatz. With the other word. Wir können keine zombies killen. I remember father squirreling me for playing with the swans. Aya. What are you doing? Swinging that thing around. Sorry. This is not toy. This is not toy. This is no toy. It's a very dangerous tool. Understood? Never play with anything like this again. Sorry father. I'm glad you are not hurt. I'm glad you are not hurt. It is out in the corner. I truth this would be somewhere that was out of your reach. Where on earth did you find this eye? I'm sorry. I'm sorry father. Ah. Silence. Silence. Where did you do that? Okay. Ich kann damit fasseln hin-laufen. Okay. Der untere Knopf. Okay. Der untere Knopf. Wie bedingt man das jetzt? Ah, ich verstehe. Was ist da eben was drin? Liter Knopf auswählen, Linker Knopf bohren. Nein bohren sag ich schon, sägen. Okay, na gut. Da kommt der Rabe. Ich mache jetzt wieder einen kurzen Schnitt und dann geht's gleich wieder. Für dich.